das ist das nächste lager ja das ist riesengroß das haben wir hier schon wieder ok gewissts ja dann werden wir uns jetzt mal durchkämpfen müssen wir fangen hier macht das ist auch noch nicht okay dann gehen wir zu den riss da 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 das sind keine normalen mobs das sind einfach nur dreckige elende die greifen von hinterher an das ist nicht einfach nur da hat man ja vorhin gesehen wo ich verreckt bin und die kommen einfach so so ich spechere mal was der timer sagt so so oh man macht sie denn so 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 okay so 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 aber einer gibt mal ein loot her die anfälle so 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 so